Hallihallo, ich habe schon angekündigt, dass es bald im Brachtwerk wieder etwas zu verkünden gibt, was bestimmt einige von euch rein wird und diese Überraschung, die gibt es jetzt. Genau, es gibt wieder etwas zu gewinnen und zwar verlose ich diesmal eine komplette Micro Blading Behandlung inklusive einer Nachbehandlung. Diese Anwendung hat momentan bei mir im Brachtwerk einen Wert von 280 Euro und alles was ihr dafür tun müsst, damit ihr das gewinnt, erfahrt ihr jetzt. So, alles was ihr dafür tun müsst, ist dieses Video und meine Facebook Page zu liken, dann könnt ihr entweder eine Freundin markieren, wo ihr denkt, dass die auch erfreit wird mit der Micro Blading oder ihr hinterlasst mir ein ganz ausschlagkräftiges Kommentar, warum genau du das Micro Blading gewinnen müsst. Ja, und jetzt wünsche ich einfach ganz viel Glück, tschau 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 und ich freue mich auf euren Teilnehmern. Bye! Bye! Untertitelung des ZDF, 2020